Ich stehe hier vor einer Arbeit von Lois Renner, der sich selbst als Maler bezeichnet und den Prozess des Malerischen und der Frage nach Realität im Bild neu aufrollt und hier sich mit einer Fotografie präsentiert. Er hat nämlich das Medium der Fotografie für sich entdeckt. Auf der einen Seite offensichtlich ein gemaltes Bild von Venedig. Wir sehen eine Fotokamera, die dieses Bild aufnimmt, gleichzeitig eine Art Ateliersituation. Es erscheint uns wie eine realistische Situation eines Ateliers, aber genau im Hinsehen merkt man, dass alles eigentlich in einem kleinen 1 zu 50 Modell konstruiert ist. Diese Frage nach Realität und was wir eigentlich sehen, das interessiert ihn und vor allem, was Malerei dann noch zu sagen hat und was Malerei darin auch noch tun kann. Malerei ist sozusagen nur noch ein Vehikel, um den Prozess von diesen verschiedenen Realitätsstudien zu tun, die wir vielleicht in diesem Bild zu einer neuen Realität zusammenführen, zu zeigen. In dieses Modell baut er sozusagen seine eigene Realität auf und seine eigene Realität hinein und thematisiert praktisch die Frage nach der Realität im Bild und auch der Realität in der Malerei. Ganz lustig auch noch, natürlich, wenn hier oben im Bild auch noch Malerei-Renner steht, ist die Frage danach, was eigentlich Malerei sein kann oder was Malerei ist. Ist es jetzt das Foto, das sich über Malerei äußert, oder ist es die Malerei selbst, die eigentlich nur noch abfotografiert ist? ZD-D3 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 ZD-D4 ZD-D3 Untertitelung des ZDF, 2020